Eh, nennst du, Emily, will du... what the fuc- Wer, wer ist dieses, äh, drü- Lüüd da, machen wir ein Party? Ok wir machen nur ein Beispiel, egal. Hallo. Your pizzas hier. Warte, bin ich ein Pizza... im Träger? Ein Pizza-Träger? What the fuc- Nicht die Gruppe, Mama, ja gut! Okay, das ist der Emily wants to play. Dieser Bastard, der will mit mir spielen. WTF? Mann, ich kann da rennen. WTF? Die Türe öffnet sich automatisch. Was ist das für ein Zaubermann? Magic. Okay, es hat gar nichts. Es hat einfach kaputt. Das als seine Mutter wird sich bestrafig. Verrückt, Junge, ich habe Pizza dabei. Okay, da kommt. Oh, schau mal, was ist das? Es ist ein Clown Gozu. Wer geht da weiter? Junge, ich habe Pizza... Er ist wegen der Clown Gozu. Weiss hier von mir! Okay, wir spielen zusammen in der Mitternacht. Nein! Jetzt ist der nächste. Da hat es einen Käfer, Junge. Warum bin ich noch weg? Keine Ahnung. WTF? WTF? Was zum Höhlen, Junge? Ich hatte... Da war ein Emily da. Ist das Emily gsi? Sikere Mama nachkommen! Du Pimmelberger! Nein, nein! Oh, wir... Nein, nein! Ich will nicht öffnen! Scheiss Bastard Game! Ich habe schon jetzt angefangen und... Und ich bin mit der Pizza zu regeln. Was? Jemand... Pizza am... Ich habe dieses Part vergessen. Hier... Hier... Er hat... Er hat gelacht. Er hat abgelacht. Schau mal! Der Clown Gozu! Achso, ein Licht. Was ist da drin? Hör auf den Licht aus Schatten, Junge! Nein! Okay! Okay, wir... Weisst du Leute, ich spiele so. Du weisst nicht. Mein Gott, das ist wirklich ein Horror. Ich meine, es hat kein... Kein drin hier. Was ist das? Es ist ein ganz... Leerer... Zimmer. Schau mal, wie... Wie verrückt ist das Game. Kann ich die Fernseher anmachen? Nein, kann nicht. Oh, schau mal! Das! Es ist... Ein Chucky mit... ganz schöner... Kleidig... ...ins... 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 ...heirat und... ...gau. Siehst du jetzt... Sehen wir mal, was ist das? I take your friends... I make them ready. Okay, danke vielmal. Oh! Chucky! Gehst du aufstehen oder nicht? No! Kann man nicht auf dem A machen? Chucky ist weg. Oi! Und jetzt? Was soll ich hier machen, Junge? Ich höre gar nicht. Okay, der Uhr ist durch. Und jetzt? Was soll ich machen? Ficken! Don't look at her! Du Lügner! Passt zu. Warte schnell! Was soll ich hier machen? Oh! Ich soll sie nicht... ...schauen, oder? Wo ist sie? Oh! Oh mein Gott! Wo... Wer ist sie, Junge? What the fuck?! Es ist ein... Es ist ein... ...weisse... ...frau, die... ...nicht die ganze Zeit... ...auf draussen geht. Er ist... Er ist am Video... ...an Katzeiten auf TikTok gemacht... ...und er ist ganz weiss geworden... ...wie ein... ...Milch! ...Milch! Leite! Schugli! Oder Staub! Boah! Was soll ich machen, Junge? Sie hat Zeit... ...ich soll nicht... ...auf sie schauen. Okay, Jure, er hat mir Zeit... ...ja, schön, schön... ...hast mir Zeit... Okay, sonst kommt... ...ein Monster... ...ich soll nicht... ...umdrehen... ...dass... ...sie... 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 ...eine Leutnerin... ...eine Leutnerin... ...sie... ...sie... ...eine Leutnerin... ...fucking hell, Junge... ...das ist so ein... ...eine... ...bastard... ... ...oh... ...oh... ...schwarze... ...puppe... ...kommst du mit mir jetzt? Now! Oh, schau mal, sie macht einen Dab! Was machst du... ...jetzt... ...sie... ...soll ich... ...auf sie... ...aufschauen... ...oder was... ...ich muss nicht... ...auf sie umdrehen... ...ja... ...sie noch... ...sie noch... ...und... ...und... ...ich muss. Ach...so... ...so mach schon wieder einen Dab... Ja... ...da... ..ha... ...hani ich... ...ja? ...ih... ...umdrehen... ...ja... ...miserabiii... Junge, ich habe ja schon jetzt angefangen und ist das Five Nights at Freddy's? Ok, wir dürfen nichts umdrehen, deshalb der Puppe 31990 vom Mickey Mouse Show ist sehr alt geworden und er ist in der Show aus dem Fernseher gekommen. Wie geht's? Du legst auch nicht! Aber ich gehe auch weg, Tschüss. Ich gehe einfach... Sie ist noch da, oder? Ja, er ist noch da. Was mache ich hier? Nimm den Schachtel! Schlag sie etwas machen! Kann ich den Lampen schlagen, Junge? Kann ich den Schachtel schlagen, Junge? Junge, was soll ich machen? Soll ich den Kissen-Fight machen? Komm jetzt! Ok, der will hier liegen. Wie geht's? Aber ich kann nicht umdrehen, deshalb... Es ist einfach nur auf sie zu schauen. Sie geht nicht mehr bewegen. Zwei Stunden später. Oh! Oh! Was?! Äh, was?! Sie ist... Sie ist ein... Kuckuck! Waa... Ähm, was?! Sie ist ein... Saiyan Kuckuck! Hä? Mein Gott, diese... Nacht... Sie sind sehr gefährlich! dann und jetzt ich soll nicht umdrehen du musst ganze Zeit auf sie schauen ist das nur nein umdrehen nicht du vollidiot ich schaue sie schaue sie ok ich war nur am Pornhub machen sie macht einen Dab ok das alles mache ich muss ich auf sie schauen und sterbe ich nicht einfach nur sie ist weg sie ist weg OH MY GOD sie wollte mir fressen sie wollte mir einen hug aber ich lasse nicht so ok hast du mir gehört Emily oder ist das Emily oder ist die andere die dahinter ist sie ist ein Cyan Cuckoo passt mal auf besser muss ich aufpassen kann ich arbeiten auf Computer kann ich etwas hacken thanks for ordering ok danke für mich ok bitteschön duke u� du sie du sie du sie du du besår du oh Ja, schau sie an, schau sie an. Was? Ich schaue auf sie! Unser Hexagon-Layout ist für zwei Daumen konzipiert. Ich würde kein Verbum. Ja, das ist intens. Oh, wo ist sie? Da ist es, sie macht einen Dab. Schöner Dab, Eschko. Kannst du einen Butterflip machen? Dieken dasselbe sind, sie macht einen Kuckuck. Okay, es ist ein ein Kuckuck geworden. Oh, es ist ein Kuckuck. Es ist ein Kuckuck geworden. Gott. Wer legt eine Schachtel auf den Boden? Die gehen auf die Ferien oder was? Oder die wechseln nachher ein anderes Haus? Das ist ein Kuckuck. Oh, da ist ein Insekt. Letztes Mal bin ich tot. Letztes Mal bin ich dort unten, ich gehe nicht mehr dort unten. Oh, da ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Hör auf auf Lachen. Ich muss auf dich schauen, da ist sie. Machst du hier Dab schon wieder? Hast du schon wieder, bist du so ein Glückbild? Wie viele Dab hast du gemacht? Oder wie viele Widgets hast du gedreht? Du sieg, keine Ahnung. Hoppala, 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 sie ist dort unten hinter mir jetzt. Junge, bist du ein Saiyan Kuckuck geworden, äh, Version 3? Junge, was soll ich machen, was soll ich machen? Ficken! Ich muss einen Schlüssel finden. Nein, so keinen Schlüssel. Irgendwo, irgendwo hier, irgendwo hier. Nein! Soll ich hier duschen? Dusche, dusche. Nein! Ich dusche, dusche, dusche. Komm her raus. Da ist sie! Aber warte schnell! Warte schnell! Warte schnell! Ich muss etwas suchen! Okay! Okay! Hast du mir gehört? Warte schnell! Warte schnell! Warte schnell! Warte schnell! Warte schnell! Ich schaue auf sie! Ich schaue auf sie! Ich schaue auf sie! Ich schaue auf sie! Ich schaue etwas! Hier einen Schlüssel, oder was? Gib mir etwa einen Schlüssel! Aber warte schnell! Wo ist sie? Wo ist sie? Ich muss da raus! Sie ist hinter mir! Ah! Da ist sie! Ich habe es die ganze Zeit am Dich suchen! Was soll ich hier machen, Junge? Sie ist hier! Junge, gib mir etwas! Warte! 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 Okay, Leute! Ich beende dieses Video! Das ist Emily Wants to Play! Der will mir spielen! Und jetzt! Ich brauche eure Hilfe! Und ich sehe euch in einem nächsten Video! Bye Bye!